Also, wenn man sich das jetzt wirklich anschaut, und ich möchte damit niemandem zu nahe treten, eSports in ACC hat im Querschnitt die beschissenste Rennqualität. Eine Sache möchte ich noch gucken, weil die mich wirklich interessiert. Das ist so eine Frage, die ich relativ häufig auch eSporten anstelle. Und Mabix hat da scheinbar eine Antwort drauf gehabt. Und zwar, macht Simracing eSports eigentlich Spaß? Und das möchte ich jetzt mal rausfinden, was Mabix dazu gesagt hat. Weil der hat nämlich letztens so ein fantastisches Video darüber gemacht, wie gerade so seine Problematik aussieht mit dem Team und dem Auto etc. pp. Lasst uns das mal kurz angucken. Mich würde das mal interessieren, was er dazu sagt. Weil ich habe Mabix ja noch nicht im Podcast gehabt. Übrigens, Mabix, falls du mal Lust hast auf dem Podcast, vielleicht wir zwei Hübschen, nicht? Das wäre doch mal ganz nett. Dann gucken wir mal. Sehr wichtiges und auch ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar, macht eSports, Simracing eSports, macht das überhaupt Spaß? Was? Wie läuft das Ganze ab? Warum machen das Leute? Ist Mabix gerade aufgestanden? Ich stelle wieder die weirden Fragen. Es tut mir leid. Das fällt sich so ein bisschen an, als wenn Mabix gerade aufgestanden ist. Oder der Tag beginnt gerade. Gut, fahr mir vor. Tut nichts zu Themodic. Macht das am Ende des Tages Spaß? Oder ist es einfach nur ein Krampf? Das ist eine Frage, auf die ich gestoßen bin in einem Video von dem lieben Dizzy. Der hat auf ein Video von mir reagiert. Prozent Vertrauen fehlen. Oder vielleicht... Oh nein, jetzt kommt die Reaction auf die Reaction. Was soll denn das? Und jetzt gibt es die Antwort dazu. Es tut mir leid. Ich möchte diesen Zirkel gar nicht aufmachen. Aber das ist interessant. Das möchte ich gerne wissen. Noch ein paar Prozent Spaß fehlen. Macht das eigentlich noch Spaß? Also ich weiß nicht, ob Mabix das jetzt noch beantwortet im Laufe der Zeit. Aber macht das überhaupt irgendwann noch Spaß? Da hat er einfach mal die Frage gestellt. Ey, macht den Jungs das überhaupt Spaß? Und damit ich jetzt auf die Idee komme, ich mache einfach mal ein Video dazu. So, meine Damen und Herren, spielt man sich übrigens Content zu. Und das brauchen wir viel, viel mehr untereinander. Dass man sich gegenseitig die Bälle zuspielt. Das finde ich total schön. Danke, Mabix, dass du dir die Zeit nimmst und das machst. Sorry, dass ich mir das jetzt hier im Stream angucke. Nee, eigentlich nicht, sorry, weil Aufklärung ist wichtig und richtig. Und gemeinsam hier wächst man zusammen. Ich meine nicht, dass du das bräuchtest, dass ich mir deine Videos angucke. Davon war abgesehen. Aber ich finde es schön, dass man sich gegenseitig die Bälle zuspielt. Das finde ich fantastisch. Weil ich werde bestimmt noch drei Fragen danach haben und dir noch fünf Videoideen geben hinterher. Ha! Let's go! Wenn ihr auch einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken könnt, meine Gedankengänge. Ja, wie ich mit gewissen Themen, mit gewissen Situationen, wie ich einfach damit umgehe und wie da so meine Gedankengänge sind. Und ja, ob es mir am Ende des Tages einfach Spaß macht oder nicht. E-Sports ist, glaube ich, grundsätzlich für die meisten Menschen erstmal so dieses Thema, okay, man sitzt den ganzen Tag zu Hause und man zockt und man kriegt dafür Geld. Ganz so einfach ist es tatsächlich nicht, gerade im Simracing. Es gibt da draußen andere E-Sport-Sparten, wie beispielsweise ein Counter-Strike, ein League of Legends. Andere Titel, wo riesen Preisgelder fließen in Millionenhöhe. Das ist im Simracing noch nicht der Fall. Rennsport macht da die ersten Schritte hin in diese Richtung. Aber darum soll es nicht gehen. Ich fahre keinen Rennsport im E-Sports-Bereich. Ich fahre zu 99% ACC. Da fließen einfach nicht die Preisgelder in der Höhe. Und wie gesagt, da will ich einfach mal drüber quatschen. Ja, macht das Ganze Spaß. Diese ganze Vorbereitung, dieser ganze Druck, dieses ganze Package an E-Sports im Simracing. Wie stehe ich dazu? Da gibt es eigentlich auch einen sehr schönen Spruch, mit dem man das Ganze schon mal eröffnen kann, dieses ganze Thema. Und zwar, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, brauchst du am Ende des Tages ein neues Hobby. Weil du einfach dieses Hobby ganz anders angehst. Es ist nicht mehr einfach nur dein Hobby. Du machst es einfach nur dann, wenn du Spaß daran hast. Sondern du musst es jetzt auf regelmäßiger Basis machen. Das ist, glaube ich, wenn ich, Entschuldigung, dass ich dich jetzt hier an der Stelle unterbreche. Manchmal habe ich das Gefühl, und ich schließe mich jetzt selber oder schieße mich selber damit an, wir verlaufen uns in der Ernsthaftigkeit unseres Hobbys. Und damit meine ich, das ist zwar dein Job, aber es ist immer noch dein Hobby. Und das sollte man ja machen, weil es dir Spaß macht. Weil jetzt gerade als Content Creator, je mehr Spaß du hast, desto mehr sind Leute bei dir, gucken sich das an und feiern das. Also klar ist es irgendwann dein Hobby und du brauchst andere Hobbys. Aber irgendwo ist es ja immer noch dein Hobby. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, dass wir das zu viel Ernsthaftigkeit, und da spreche ich jetzt mal für mich selber, was mir so passiert ist. Das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis bei mir im Kopf angekommen ist, dass ich das gar nicht so ernst nehmen brauche, wie ich das manchmal gesehen habe. Denn dadurch, dass man das irgendwann zu ernst nimmt, verliert das den Charme für den Zuschauer. Jetzt als Content Creator, ne? Bei Simracing ist das natürlich ein anderer Schlag, logischerweise. Nur bei Mabix ist es ja so, der hat ja beides. Der hat ja beides auf dem Zettel. Also der muss ja irgendwie Content machen, weil nur streamen, also das bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das ausreicht, nur streamen. Aber irgendwo geht das ja dann sonst auch flöten. Also dass man das vielleicht irgendwann zu ernst nimmt, aber ich bin gespannt. Das kann man jetzt natürlich auch auf zum Beispiel meine Selbstständigkeit beziehen, mit dem Content Creator Dasein auf YouTube. Aber wie gesagt, ich will hier erstmal nur auf E-Sports eingehen. Aber da ist es im Grunde genommen das Gleiche. Du musst im Endeffekt fahren, fahren, fahren. Um gewisse Ziele, eine gewisse Pace, eine gewisse Konstanz, einen gewissen Skill zu erreichen. Und das ist schon mal der erste Punkt. Du bist mehr oder weniger, natürlich wenn du Verträge unterschrieben hast, wenn du bei einem Team fährst, wo du dafür bezahlt wirst. Dann willst du natürlich auch eine gewisse Leistung erbringen. Und dann hast du automatisch in deinem Kopf, gehst du diese ganze Geschichte schon ganz anders an. Dann musst du dich auch mal hinsetzen und dich auf eine Strecke vorbereiten, mit einem Auto vorbereiten, das dir vielleicht nicht so liegt und wo es vielleicht gerade nicht so läuft. Und genau das ist das Thema. Es wird dann natürlich immer mehr zur Arbeit. Da ist es ganz, ganz wichtig, sagen wir mal, da ist auch nicht jeder für gemacht. Man muss schon das richtige Mindset haben. Man muss Dinge auch mal, man muss manchmal auch einen Schritt zurückgehen. Man muss mal eine Pause einlegen. Man muss gewisse Dinge anders handeln, wie wenn du das Ganze einfach nur hobbymäßig machst. Das ist so. Ich habe das auch schon bei dem einen oder anderen beobachtet, der das dann beispielsweise dann auch ein bisschen intensiver angegangen ist, das E-Sports-Thema. Und manche sind an diesem, sagen wir mal, an diesem Druck, an dieser Thematik mit dem E-Sports, wenn man zum Beispiel dann auch auf Minijob-Basis dafür bezahlt wird oder so, Geld im Spiel ist. Ja, dass manche dann noch eine Schippe drauflegen können, manche aber auch dadurch einfach ein bisschen schlechter werden, weil sie es mental einfach nicht richtig verarbeiten können. Das ist schon mal so dieser erste Punkt, man braucht das richtige Mindset dafür und man muss die Sache richtig angehen. Ich persönlich sehe mich übrigens nicht irgendwie als reinen E-Sportler oder so. Ich glaube, dieses Mindset, von dem Mabix gerade spricht, fehlt einigen Menschen und das ist auch sehr, sehr schwer für einige Menschen nachzuvollziehen. Und das ist jetzt mal eine Frage in die Runde. Ist es für manche Leute vielleicht angenehmer, das Leben zu bestreiten in einem sicheren Hafen? Also beispielsweise, ich habe einen 9-to-5-Job und in diesem 9-to-5-Job kann ich nicht gekündigt werden. Alles ist safe, ich kriege jeden Monat mein Geld nach Hause und alles ist tippitoppi. Und dann gibt es ja auf der anderen Seite, gibt es ja noch Menschen, die brauchen das, dass sie unabhängig sind und dass immer irgendwas passiert und irgendwas in ihrem Leben sein muss. Und dieses, ich glaube, wenn wir das jetzt mal auf das E-Sports-Ding portieren, wenn du so ein, ja ich sage mal, Freigeist bist und beispielsweise nicht wirklich mit, ja ich sage mal, Crunch-Time, ich denke E-Sports ist Crunch-Time, nicht wirklich gut zurechtkommst, dass deine Leistung darunter leidet, weil du dir das doch ein bisschen anders vorgestellt hast. Weil dann hast du ja zu gewissen Teilen auch eine Verantwortung und eine Bringschuld, was deine Performance auf der Rennstrecke angeht. Das könnte schon im Kopf ein bisschen krachen, weil das ist ja dann nicht mehr, ah ich setze mich rein, egal was passiert, sondern ich setze mich rein, es ist nicht egal was passiert. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das im Kopf ein bisschen was verändert. Ich bin im Endeffekt ein Simracing-Content-Creator mit, sagen wir mal, natürlich auch einem E-Sports-Anspruch und ja, am Ende des Tages fahre ich mit den E-Sportlern zusammen, also wenn es so will, bin ich rein faktisch auch ein E-Sportler, ja. Aber ich muss natürlich für mich immer am Ende des Tages irgendwie den goldenen Mittelweg finden, weil das ist auch ein Thema, ein großes, großes Thema im E-Sports generell. Man hat unbegrenzte, was heißt unbegrenzte, natürlich man ist zeitlich begrenzt, einen Tag hat 24 Stunden und man kann sich nur eine gewisse Zeit am Ende des Tages dann vorbereiten für ein Turnier, ein Event, ein Rennen oder was auch immer. Aber es ist so im E-Sports, wenn der eine 80 Stunden investiert an Vorbereitung für ein Rennen und der andere nur 10 Stunden oder 20 Stunden und beide haben ungefähr das gleiche Talent, dann wird der mit 80 Stunden in den allermeisten Fällen besser performen. Das bedeutet, Vorbereitung oder Zeit investieren ist ein großer Faktor, was natürlich bei mir als Content-Creator, weil ich noch Videos produziere, weil ich streame, ich streame Rennen, die, sagen wir mal, jetzt nicht wirklich vielleicht auch manchmal was mit E-Sports zu tun haben und einfach nur... Happy Grid ist doch maximaler E-Sport. War das nicht Crash-Test-Derby-E-Sport? Kleiner Spaß. Irgendwelche Just-for-Fun-Events, da fehlt mir natürlich am Ende des Tages dann die Zeit und auch die Energie, so viel da rein zu investieren, dass ich beispielsweise mit den Top-Fahrern, die natürlich vielleicht auch nochmal hier und da auf jeden Fall talentierter sind, aber die auch deutlich mehr Zeit investieren. Und Zeit ist immer eigentlich der wichtigste Faktor, weil man durch die Zeit beispielsweise Setups herausfinden kann, man kann Dinge herausfinden, die besonders gut funktionieren, man kann natürlich seine Konstanz, seine Pace, man kann überall an jeder Schraube viel mehr drehen, wie wenn du einfach nicht so viel Zeit zur Verfügung hast. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, Entschuldigung, dass ich unterbreche, je älter du wirst, desto weniger Zeit hast du bei selber Stundenanzahl pro Tag und dann wird's unangenehm. Wenn Menschen feststellen, dass 24 Stunden in den 10er- bzw. in den 20er-Jahren nicht mehr dasselbe sind wie in den 30er-Jahren, weil du dann nämlich noch mehr Verpflichtungen hast, als du eigentlich schon hast und dann tickt die Uhr ganz, ganz anders. Ich hab das letztens verglichen, ich erzähl kurz eine Anekdote dazu, wenn du beispielsweise als Kind, bei mir war das immer so, ich war bei meinen Großeltern und Boris Becker hat Tennis gespielt, okay? Und zu der Zeit konnte man das noch im ARD gucken und ich hab bestimmt, ich weiß nicht, alle 10 Minuten gefragt, wie lange Tennis noch geht, weil ich wollte dann was anderes gucken, das war so damals kurz nach der Wende, erster Farbfernseher etc. pp, da hat man sich gefreut, dass man in die Flimmerkiste gucken konnte und damals war, so ein Tennis-Match ging zwei Stunden. Es fühlte sich als Kind einfach an wie ein halber Tag, wo Tennis lief, wo Boris Becker Tennis spielt. Wenn ich mir heute überlege, was zwei Stunden sind, wenn ich mir heute das vergleiche und ich nehme mir die Zeit und nehme aktuell beispielsweise einen Podcast mit jemandem auf und der geht anderthalb Stunden und du hast eine halbe Stunde Vorgespräch und eine halbe Stunde Nachgespräch, das vergeht einfach wie im Flug, wie eine Zeitreise. Und je älter du wirst, desto kürzer wird bei gleichbleibender Zeit der Tag, weil dann kommt noch mit dazu, oh scheiße, ich muss mich jetzt noch um mein Kind kümmern, Verpflichtung Partner oder Partnerin, die Bude muss noch gemacht werden, ich muss diesen Brief beantworten, ich muss dahin telefonieren und es wird immer weniger. Also wirklich ein Tipp von mir an euch, genießt wirklich die Zeit, die ihr habt, wo eure Tage lang sind, wo ihr diese ganzen Verpflichtungen noch nicht im Übermaß habt. Genießt diese Zeit und wenn ihr Simrace, mag ja dann Simrace dir die, Simrace dir alles aus deinem Körper raus. Genießt die Zeit und macht irgendwas, was Schönes, damit ihr später, wenn ihr auch was Schönes machen könnt, aber nicht mehr so viel Zeit habt für was Schönes, eine schöne Zeit habt. Jetzt haben wir sehr viel Schönes gesagt. Kommen wir zurück, deswegen hatte ich übrigens auch die Frage beim E-Sports gestellt, beim Mabix, wenn ich mich recht entsinne, müsst ihr ja schon auch auf die 30, Anfang 30 zugehen und bei dem wird es ja auch nicht weniger, weil Content Creator da sein. Wisst ihr, wenn Niklas Huben erzählt, er hat einen 40-Stunden-Job und fährt nebenbei E-Sports und er erzählt, wie sein Tag ist, müsst ihr euch vorstellen, dass Mabix neben dem, was der 40-Job bei Niklas ist, ist das der Content Creator Job, weil das sein Haupteinkommen ist und dann kommt noch das E-Sports dazu plus halt das Content Creator da sein. Oh, wie gern würde ich mit Mabix einfach mal anderthalb Stunden über das quatschen. Das wäre geil im Podcast. Das würde ich richtig fühlen. Das wäre ein fantastisches Thema. Oh, schauen wir weiter. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was für mich auch teilweise mental sehr, sehr anstrengend ist, denn ich bin sehr, sehr ehrgeizig und ich will mich trotzdem mit den Besten messen und das ist dann manchmal so ein kleiner, ja so ein kleiner Zwiespalt im Endeffekt. Ich mache mir dann am Ende des Tages den Druck, obwohl ich weiß, okay, ich kann gar nicht so viel Zeit investieren, weil ich beispielsweise auch noch einen Online-Shop betreibe, weil ich noch meine Videos machen muss und das Ganze drumherum. Und ich vergleiche mich dann trotzdem mit den Top-Jungs, die viel, viel mehr Zeit investieren und reg mich dann am Ende des Tages darüber auf, wenn die zwei, drei Zehntel pro Runde schneller sind oder so. Das muss man dann einfach relativieren. Da muss man ehrlich zu sich selbst sein, okay, ich kann jetzt gerade nicht mehr Zeit investieren und man muss es einfach so ein bisschen einordnen. Das ist manchmal nicht einfach, weil wie gesagt, ich muss immer den Mittelweg finden, jetzt auf mich persönlich bezogen. Aber was man dazu sagen kann zu dieser ganzen Thematik, es ist für den Kopf schon sehr, sehr anstrengend, wenn du weißt, dass andere Fahrer oder generell andere E-Sportler auch in anderen Bereichen, die investieren unfassbar viel Zeit und du hast eigentlich unter normalen Umständen keine Chance, wenn du nicht die gleiche Zeit oder ansatzweise die gleiche Zeit investierst. Das ist so eine Frage, die ich mir jetzt stelle. Wie lange hat das gedauert, bis diese Erkenntnis reingekracht hat? Weil Mavix ja wirklich sehr, sehr ehrgeizig ist. Also ich kenne Mavix nicht anders oder habe ihn nie anders kennengelernt, außer vorne mitfahrend. Und es kam ja irgendwann auch der Punkt, wo das nicht mehr so einfach war. Also gerade jetzt die ersten Jahre bei Mavix mit auch einer der schnellsten. Ist heute immer noch super schnell. Das möchte ich damit gar nicht relativieren. Nur jetzt ganz, ganz weit vorne, da geht schon ein bisschen noch ein Stückchen mehr. Sind wir ehrlich, aber hat er ja auch gerade gesagt. Wie lange das gedauert hat zu akzeptieren, das geht nicht mehr. Also ich kann nicht mehr ganz, ganz, ganz weit vorne fahren. Weil das nicht möglich ist aufgrund meiner Präsenz und meines anderen eigentlichen Hauptjobs. Das würde mich mal interessieren, wie Mavix das auch selber sieht. Ob er jetzt sagt, dass Content-Creator-Dasein sein Hauptding ist oder E-Sports. So viele Fragen, die da im Raum stehen und offen sind. Kommt natürlich noch ein ganz wichtiger Faktor dazu. Und das ist auch das Thema, warum die allerwenigsten im Simracing-E-Sports, sagen wir mal, das Ganze hauptberuflich machen können. Es gibt einfach nicht so viel Preisgeld. Das bedeutet, du kannst vielleicht, vielleicht von Simracing-E-Sports leben, wenn du alles gewinnst. Wenn du in jedem, in jeder Serie, in jedem Turnier den ersten Platz machst. Selbst dann wird es schon, sagen wir mal, eng von dem Preisgeld her, gerade was ACC angeht. Aber dieser Druck, den du im Kopf hast, okay, du musst performen, um den ersten Platz zu machen, damit es sich irgendwie rentiert. Weil wenn du Zweiter oder Dritter oder Vierter oder sowas wirst, dann rentiert sich das Ganze schon vielleicht gar nicht mehr. Das ist auch ein Thema und wir wissen, wie viele schnelle Fahrer es da draußen gibt. Es ist unfassbar umkämpft für einen relativ geringen Ertrag. Und deswegen kann ich schon mal von vorne weg sagen, es lohnt sich eigentlich für die allermeisten gar nicht, sich nur auf E-Sports irgendwie zu konzentrieren. Und da so viel Energie rein zu investieren. Wenn ich das Ganze jetzt hier nicht mit YouTube machen würde und, sagen wir mal, euch auch gewissermaßen was bieten will, mein Ehrgeiz nicht dahinter wäre. Ich würde das Ganze wahrscheinlich gar nicht in diesem ganzen Ausmaß machen, weil ich habe mittlerweile 5.500 Stunden in ACC und ich bin unfassbar dankbar, was alles daraus entstanden ist. Deswegen, ja. Das hört sich schon so ein bisschen nach Aber an. Kommt jetzt ein Aber? Ich liebe das, was ich tue und es macht mir auch immer noch Spaß. Aber, jetzt kommt das große Aber, diese reine Vorbereitungszeit für die großen Turniere wie SRO oder VEM. Sich da stundenlang hinzusetzen mit dem Hintergedanken, du hast eigentlich noch sehr viele andere Dinge im Leben zu tun. Und diese ganze Zeit, diesen Schweiß, diese Frustration natürlich auch zu investieren. Weil, ihr müsst euch das so vorstellen, E-Sports kann man eigentlich sehr gut damit beschreiben. Du tust etwas, was du schon kannst und wiederholst das immer und immer und immer und immer wieder wie so ein Fließbandarbeiter. Und versuchst immer hier und da kleine Details zu ändern, ob es am Setup ist, ob es mit deiner Fahrtechnik ist, irgendwelche Dinge, die du vom Gefühl hier und da im Detail anders machst. Und das machst du immer und immer und immer wieder. Und irgendwann fühlst du dich wie so ein Roboter, der einfach nur noch den Kopf ausschaltet und einfach nur funktionieren muss, sein Programm abspult. Das ist im Endeffekt E-Sports. Und das ist nicht gesund, muss man ganz klar sagen. Das ist nicht gesund, weil man sitzt sehr viel. Die Augen danken es auf jeden Fall einem nicht. Also, alle zwei Jahre, wenn ich zum Augenarzt gehe, sagt mein Augenarzt, die Augen wären besser. Also, ich war mal irgendwie so ein Schildkröne oder so. Also, wer weiß nicht. Aber meine Augen wären besser. Mein Körper sagt eigentlich auch, danke. Also, auch wenn es viel Sitzen ist, aber man verliert auch beim Simracing ein bisschen Gewicht. Natürlich muss man ein bisschen gegenwirken und ein paar Übungen machen, dass das nicht so hart auf den Rücken geht etc. Aber grundsätzlich ist das jetzt erstmal gar nicht so schlecht, weil man hat ja auch körperliche, wie sagt man, Betätigung. Du hast nicht immer die frischeste Luft hier drin und... Willst du jetzt einfach sagen, wir Simracer stinken alle Mabix? Das hat eine Content-Creatorin vor kurzem getan. Das hat nicht so gut funktioniert. Spaß beiseite. Das ist gerade nur Spaß. Für deine ganzen Handgelenke und Knochen und den ganzen Körper und auch mental ist es ganz einfach nicht gesund. Der Körper braucht Bewegung und gerade, ja, wenn man jeden Tag mehrere Stunden hier im Simulator verbringt, ist es einfach nicht gesund. Muss man auch mal ganz klar so sagen. Ist, glaube ich, auch so ein Faktor, den viele unterschätzen. Das merke ich auch. Ich bin ein sehr, sagen wir mal, was meinen Körper angeht, ein sehr bewusster Mensch. Ich merke das direkt, wenn ich etwas tue, was mir nicht gut tut. Und teilweise ist es dann so, dass dein Kopf einfach oder dein Rücken oder deine Handgelenke teilweise einfach nicht mitspielen. Und da muss man auch einfach manchmal sagen, okay, weniger ist manchmal mehr. Okay, also wäre es dann im Endeffekt eigentlich nicht sogar besser für mich, wenn ich diese ganze E-Sports sparte. Wenn ich das nicht einfach für mich, für meinen Kanal einfach sein lassen würde. Und da sage ich auch ganz klar, für mich ist es eigentlich keine Option, zumindest Stand jetzt. Weil mein ganzer Kanal basiert ja auch irgendwo auf E-Sports. Ihr wollt natürlich sehen, wie wir uns mit den besten Fahrradmessen in der Pro Series, in der SRO, auch in anderen Ligen. Und wie gesagt, da ist mein eigener Ehrgeiz einfach noch zu groß. Ich möchte es euch beweisen, ich möchte es mir beweisen, unserem Team beweisen, dass wir einfach gewisse Dinge erreichen können. Natürlich, man muss sich manchmal ein bisschen zurücknehmen. Man muss manchmal sagen, ey, ein 10., 15., 20. Platz, es ist okay in so einem Fahrerfeld, wo so viele krasse Fahrer fahren. Es ist einfach vollkommen okay, auch mal nicht immer funktionieren zu müssen. Das ist immer so ein schwieriges Thema, weil heutzutage geht sehr viel nach Perfektionismus. Es muss immer klappen und wenn es mal nicht klappt, dann bist du direkt der Loser oder was auch immer. Okay, beide Katzen? Nee, Jungs. Nee, lass mich mal von Onkel Mabix das jetzt hier zu Ende gucken. Danke, Miezi. Hab dich ganz so lieb, weil du sitzt nämlich immer auf der Tasse. Nee, ihr müsst euch jetzt hier nicht beide angehen. Danke, das ist hier schon wieder eine fantastische Nummer. Brüder, man soll es sich glauben. Danke. Also, das ist so ein Satz, der macht mir persönlich als Content Creator ein bisschen Sorgen. Also, nicht im Negativen, sondern weil ich mich selber ein bisschen da sehe mit, ihr wollt das ja sehen. Und so ist ja auch mein Channel. Wenn man sich das lange genug einredet, hat man ab einem gewissen Punkt, und ich rede jetzt von mir selber, hatte ich irgendwann das Problem, dass ich dann Sachen gemacht habe, die mir persönlich keinen Spaß mehr gemacht haben und ich mich gezwungen fühlte dazu. Wenn ich mir überlege, gut, auf der anderen Seite muss ich sagen, in den zehn Jahren, die ich das jetzt mache, habe ich meine Karriere ungefähr, weiß ich nicht, alle drei Jahre mal getötet. War jetzt auch nicht so geil, aber zumindestens habe ich immer Spaß gehabt in den Sachen, die ich gemacht habe. Ich glaube, wenn man sich das lange genug einredet, oder ich habe mir das lange genug eingeredet, dann hat man, glaube ich, auch irgendwann so eine Blockade drin. Und ich sage mal so, manchmal ist es weniger mehr. Manchmal ist es wirklich weniger, weniger mehr. Also, zu sagen so, ey, komm, bei mir war das jetzt so, bin auch eine ganze Zeit lang diese ganzen Rennen mitgefahren. Ziemlich, also zweieinhalb, ja, zweieinhalb, drei Jahre bin ich die mitgefahren. Aber ich musste mir halt irgendwann noch eingestehen, dass das, also wenn ich das weitergemacht hätte, wäre ich an dem Punkt gewesen, wie viele Jahre vorher, wo ich selber gesagt hätte, Bagger, ich kann Simracing einfach nicht mehr sehen. Ich kann das einfach nicht mehr sehen. Ich finde es jetzt scheiße. Obwohl ich es nicht kacke finde, aber ich finde es jetzt scheiße. Und hätte irgendwas anderes angemacht. Und bei mir war das wirklich so, ich habe mich so lange in dieses ganze Ding verlaufen, dass ich so oft Sachen an den Nagel gegangen habe, die eigentlich theoretisch noch ziemlich cool gewesen wären. Diesmal nicht, glücklicherweise. Glücklicherweise nicht. Das ist, das ist schön, aber es hat auch lange genug gedauert. Lange genug. Davon muss man so ein bisschen wegkommen. Wir sind alles nur Menschen. Und ja, deswegen will ich euch mit diesem Video mal so ein bisschen aufzeigen, was geht so hinter den Kulissen so ein bisschen im Kopf ab. Ich kann euch sagen, E-Sports ist grundsätzlich eine geile Geschichte. Wenn das Ganze, das fände ich zum Beispiel sehr, sehr cool, das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, wenn man das Ganze erstens irgendwie tatsächlich zeitlich limitieren könnte, also zum Beispiel die Trainingszeit oder so. Ich glaube, die allerwenigsten haben einfach Lust, sich jeden Tag zehn Stunden hinzusetzen, auch wenn sie dann ganz vorne mitfahren. Aber Lust hat darauf keiner, sind wir mal ehrlich. Spaß macht das auch nicht. Da kann ich euch auch noch einen weiteren Tipp geben. Wenn ihr euch hinsetzt und trainiert, trainiert mal maximal irgendwie so zwei Stunden oder so. Maximal zwei, drei Stunden. Und wenn ihr merkt, euer Fokus ist weg, verkrampft nicht. Macht eine Pause. Fahrt am nächsten Tag weiter. So mache ich es mittlerweile auch. Ich strukturiere mir mein Training. Ich fahre lieber jeden Tag zwei Stunden anstatt zwei Tage acht Stunden. Und bin dann komplett durch vom Kopf her. Ich habe lieber mittlerweile diese Konstanz drin. Und dann macht es auch einfach viel mehr Spaß, weil du einfach immer mit neuer Energie drangehen kannst und einfach effektiver arbeiten kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Mit dieser zeitlichen Begrenzung, das würde vielen E-Sportlern, sage ich mal, oder jetzt Simracing-E-Sportlern vom Kopf her ein viel besseres Gefühl geben. Weil sie ganz genau wissen, okay, da draußen gibt es nicht die einen, die jeden Tag, weil sie einfach die Zeit haben, zehn Stunden, zwölf Stunden, was auch immer wie lange, jeden Tag da sitzen und experimentieren. Natürlich, sie haben es sich dann natürlich auch verdient, wenn sie so viel Zeit investieren. Aber erstens kann das nicht jeder und es will, glaube ich, auch nicht jeder. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, Mabix, du bist schon ein bisschen älter. Und das im positiven Sinne. Du bist weiser und bringst mehr Lebenserfahrung mit. Für dich ist klar, dass du drei Tage die Woche, zwei Stunden fährst, hat für dich den maximalen Ertrag. Junge, ungestüme Menschen sind meistens, also was heißt junge, ungestüme Menschen? Und das meine ich überhaupt nicht negativ. Ey, wir kennen das, wir kennen das alle so, ne? Ich meine, ich bin jetzt 39. Ich hab früher, als wir Enemy Territory im Clan gespielt haben, da hast du einfach zehn Stunden am Tag Wolfenstein geknallt, wie so ein Wani. Da hast du dir nicht darüber die Gedanken gemacht, ob das jetzt nicht förderlich ist oder förderlich ist. Da hast du die Scheiße einfach gemacht, weil du einfach nicht schlauer warst, festzustellen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt deine Aufnahmefähigkeit einfach gegen Null geht. Wenn ich mir jetzt wahrscheinlich, also wenn wir uns jetzt mal an McCormick angucken, oder wenn ich schon höre, was Niklas macht, ne? Also Ruben, da denke ich mir so, Maga, bei dir pfeift wohl komplett der Fuchs. Das ist ja, also klar, verstehe ich so, aber das ist doch einfach schon gar nicht sinnvoll. Da würde dir wahrscheinlich jeder Hochleistungssportler sagen, du, äh, ob bei dir nicht mehr alles richtig ist. Und das musst du ja, diesen Punkt muss man ja erstmal einmal im Leben erreichen, zu sagen, puh, äh, naja. Also diese ganzen Weisheiten, die wir von vielen Menschen mitbekommen, die sehr viel Lebenserfahrung haben, das passiert nur, weil sie ihre Grenzen halt irgendwann mal ausgetestet haben und für sich festgestellt haben, ne, das funktioniert so nicht. Ne, das haut gar nicht mal so hin. Also, mhm. Deswegen sag ich ja auch, wenn man ein gewisses Budget an Zeit hätte, so wie es im echten Motorsport halt auch ist, du hast Trainingstage, Testtage und, ähm, der Fahrer oder das Team mit der besseren Vorbereitung, mit der effektiveren Vorbereitung, mit dem besseren Talent, ne, mit dem größeren Talent, der gewinnt dann am Ende des Tages. Und ich glaube, dann wäre auch vieles, ja, sage ich mal, so ein bisschen unvorhersehbarer. Und ich glaube, das wäre eine sehr, sehr coole Sache, was natürlich sehr schwer umzusetzen ist. Aber das ist so ein Gedanke, der mir jetzt gerade gekommen ist. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, was eure Meinung zu diesem Thema eSports ist. Was genießt ihr am meisten, auch als Zuschauer hier auf diesem Kanal? Müssen es unbedingt die absoluten Schwitzerrennen sein, wo man sich mit dem Besten misst? Oder sagt ihr auch, ey, irgendwie mal ein Duo Cup oder mal hier ein LFM Endu oder sonst irgendwelche Sachen, ähm, wo man auch geil, geiles Racing erleben kann. So ist es ja nicht. Das soll nicht heißen, dass nur eSports geiles Racing bietet, sondern generell geiles Racing kann man auch in ganz vielen anderen Serien erleben, wo es nicht unbedingt auf eSports angelehnt ist. eSports hat qualitativ gesehen im Querschnitt die beschissenste Rennqualität. Also, wenn man sich das jetzt wirklich anschaut, und ich möchte damit niemandem zu nahe treten, eSports in ACC hat im Querschnitt die beschissenste Rennqualität. Period. SRO, haben wir gesehen, absolute Katastrophe. Schwitzerrennen in Pro Series, puh, schwierig. Und jetzt wartet kurz, weil ich schon wieder Leute sehe, die das schreiben oder schreiben. Das spielt wirklich keine Rolle, in welche SIM du gehst. Es spielt gar keine Rolle. In jeder SIM sieht es gleich aus. In jeder SIM wird reingebombt. In jeder SIM sind Yellowflags optional, solange und sobald Menschen in einem Multiplayer involviert sind, wo es darum geht, etwas zu erreichen und eine Rangliste hochzuklettern. Selbst wenn wir IRL uns manche Rennen angucken, nicht alle, sehr viele, da wird auch gebombt ohne Ende. So, dennoch ist die Qualität von den Schwitzerrennen absolut nicht cool. Also, für mich persönlich, um deine Frage zu beantworten, sind Rennen, wo schnelle Leute einfach super easy ein bisschen auffahren können und mal fernab von ihrer Profession so Dinger machen. Nur als Beispiel, in den Rennen mit Niklas Huben auf dem Sonntag, in einem Duo Cup oder in einem Endo-Rennen, ist einfach so entspannt und lässig und der kann da so gut performen, also auch wenn er vielleicht eine halbe Sekunde langsamer ist, aber es ist schöner und entspannter als für mich jetzt, als Wahrnehmung, mir die Schwitzerrennen anzugucken. Weil die Schwitzerrennen enden auch meistens daran, dass Leute ein bisschen schlechte Laune haben, logischerweise, weil da geht es ja um was und dann ist man selber ein bisschen enttäuscht, man hat ja Anforderungen an sich selber und so weiter. Ich finde das nicht so schön. Also, ich finde generell E-Sports ist für mich auch ganz, ganz schwer, mir das anzugucken, außer bei VEM, weil da sind die Driving Standards sehr hoch. Dankeschön an die Rego der VEM. Das war wirklich eine fantastische Saison. Möchte ich hier an der Stelle auch mal die Menschen hinter der Kamera loben. Wenn das überall so wäre, wäre das gar kein Problem mit den Schwitzerrennen, aber irgendwie sind die Driving Standards dann doch schwieriger umzusetzen. Aber es geht halt auch um Kohlen. Wie Mabik schon gesagt hat, wenn man das jetzt mal ganz simpel runterbricht, es gibt super wenig Preisgeld im Vergleich zu anderen E-Sports. Und die Leistungsdichte ist so exorbitant hoch, dass da wirklich das Maximalste versucht wird, das rauszukriegen. Und das kann man, und da muss man ganz ehrlich sein und das wirklich super simpel auf die Fakten runterbrechen, das kann man keinem Übel nehmen. Das kann man keinem Übel nehmen, weil jeder, was heißt jeder? Viele möchten halt diesen Weg bestreiten und das eine gute beziehungsweise eine nicht endende Karriere haben. Und da muss man halt am Ende einfach klipp und klar sagen, da würden wir alle reinhalten. Da würden wir alle reingehen. Wenn da mein Lebensunterhalt von abhängt, meine Karriere auf eine gewisse Art und Weise abhängt davon, würden wir alle reingehen und das Maximalste probieren. Und davon können wir uns auch alle, bin ich ganz ehrlich, nicht freisprechen. Aber in dieser Situation sind wir nicht. Wir sind einfach die meisten von uns Sonntagsfahrer und wenn wir keinen Bock mehr haben, machen wir die Kiste einfach aus und dementsprechend machen wir Türen nicht zu, tauchen nicht überall rein, sondern sind halt oftmals gediegene Fahrer und gucken uns das an und sagen uns immer, ach, was soll die scheiße Driving Standards, alles scheiße, dies, das, ananas. Bei Jansky mache ich das selber auch aus einer humoristischen Sicht, um das als Unterhaltung zu gestalten. Aber am Ende habe ich volles Verständnis dafür, bin ich ganz ehrlich. Weil es geht um Zaster, es geht um deine Verträge und so weiter und so fort. Da hast du, da bist du im Kopf auch ganz anders gepolt. Da siehst du die Rennstrecke ganz anders, als wenn du das halt alles nicht hast, ne? Um mal jetzt das auch ein bisschen auszuführen. Und ich glaube, dieses Verständnis dafür oder die Sichtweise auf die Dinge, die fehlen so ein paar Menschen. Weil wenn ich mir manchmal Kommentare durchlese, ja, nicht so gut. Also dieses professionelle E-Sport, sagen wir mal, wie SAO und sowas. Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, das würde mich sehr interessieren. Ich finde, so als Schlusswort, die Mischung macht es dann für mich, natürlich für diesen Kanal, aber generell auch, glaube ich, für jeden anderen. Es ist wichtig, diese Mischung zu haben, damit man den Spaß nicht komplett verliert, weil die Gefahr besteht, dass man den Spaß komplett verlieren kann, wenn man es falsch angeht, mit dem falschen Mindset, wenn man zu viel will und ja, einfach viel zu viel rein investiert, dass man, ja, sagen wir mal, irgendwann einfach komplett durchdreht im Kopf. Wie gesagt, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, lasst ein Träumchen da, Leute, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Mavix, haut rein und tschüss! Ciao, Kakao! Schönes Video! Ich würde mir wünschen, dass mehr über sowas gesprochen wird. Das ist, äh, das ist fantastisch. Das wäre so, so richtige, mehr Aufklärungsarbeit leisten. Wie, wie, wie ist es wirklich so in deinem Kopf, wenn es E-Sports ist? Was denkst du dir? Wisst ihr, was geil wäre, wenn man mal so ein richtig, richtig zerrammeltes Rennen nimmt? So richtig zerrammelt! Aber volles Cartoon, SRO, Barcelona, dieses Muchrennen und sich die Leute und wenn es nur zwei, drei Fahrer sind, die sich sehr gut verstehen, das im Replay angucken und mal, nachdem das gesagt ist und sie nicht mehr on fire sind, einfach mal darüber sprechen, was so in den Köpfen vorging, als sie das da gemacht haben. Aber so richtig ehrlich, so richtig ehrlich, wo du sagst so, oh, scheiße, Alter, ich hab einfach, die ganze Saison war kacke, da war alles on the line und ich brauchte einfach, ich hab an meinen Vertrag gedacht oder sonstiges dergleichen, solchen Content brauchen wir, weil im realen Leben haben wir das bedingt nur, aber hier haben wir die Möglichkeit, das zu machen. Das wär geil. Das würd ich wirklich fühlen. Vielleicht wird das irgendwann mal so eine Podcast-Folge. Ich lade einfach mal so drei Leute ein und dann spricht man mal über sowas. Oh! Oder, Mabix, bitte, deine Video-Idee. Kannst dich gern mit deinem Team zusammensetzen und das machen? Das würd ich richtig feiern. Das wär ein richtig cooler Content. Aufklärungskontent. Was geht in euren Köpfen vor? Das wär schön. Was geht in euren Köpfenai? Was geht in euren Schreiben? Musik Was geht in euren Köpfen?